Ja, hallo, liebe Grinserkerler! Und Entro! So! Äh, ich bin zu Tag zu. Wie immer noch. Ach, wir können schlafen. Wartet, Twin, Torin, das ist nicht passiert. Ah, das ist rein. Aber schön, die ganz gut vor Ort. Ich wollte gerade fast schon so sagen. Okay, das guck ich raus. So, ich schlaf jetzt ne Runde in unserem Doppelbett. Kann man schlafen? Ja! Juhu! Oh, ich mein Philipp! Wie süß! Ja, das gibt die erste Ehekrise! Dürk, ich bin waffnet. Oh, es hat oft gehört zu wecken. Juhu! Wir sehen uns wieder bei einem nicht strömenden Regen. Juhu! Ich habe uns da eine Spitzage gekraftet. Gekraftet! Okay. Hey, guck mal, voll in unser Busch-Eingang. Äh, jemand sollte mal... Wer geht zum Dorf? Ich, äh, besuche einmal das Dorf, wenn ich es finde. Okay, viel Spaß noch beim Dorf finden und du holst uns dann mal ein bisschen was zu futtern. Futter wie bei Mutter. Und... Ach, okay. Ey, da ist ne Höhle im Wasser. Also im Wasser führt da so ein Wasserstrom nach unten in so ne Höhle. Bah, bitte. Da bin ich jetzt noch nicht runter gegangen. Vielleicht ist es auch nur eine ganz kleine Höhle, aber vielleicht ist es aber auch was größeres. Ich traf dir mal gerade eben, ähm, Treppen... Aua! Aua! Ich mag keine Skelette! also wie im kindergarten ja hallo liebe grinsekehler ich stelle das jetzt an das vorige video kann ich habe keine ahnung wann wir das abgeschmiert ist kann es sein dass bei dir dauernd die videos abschmieren oder irgendwie was nicht zu sehen ist also ich bin jetzt gerade zum dorf aufgebrochen und habe hier eine portion karotten und eine portion weizen geholt nur so damit ich meine lage beschreiben kann dem halt eben ich habe seitdem keine ahnung wie ich wie viel vorher aufgenommen habe also können vielleicht sein dass es 20 minuten werden ich habe keine ahnung ich nehme jetzt auf alle fälle nur fünf minuten auf also weiß nicht ob das wegen der überlänge abgeschmiert ist aber ich glaube er nicht wenn wir nur fünf minuten auf und dann verzeiht mir bitte das ist vielleicht heute ein bisschen weniger geworden ist es ist gerade im mittwoch letzte woche ja letzte woche mittwoch ist hier das jetzt abend freitag da war ich froh sein nein sie können es auch noch später hoch anschauen also ihr könnt es jetzt frühestens freitag ansehen frühestens freitag den wartet es ist immer so schön wenn man hier einen kalender liegen hat und ich wackele hier einfach mal dass ihr was zu sehen habt freitag den 24 aber ihr könnt meinen weg auch es nicht der 24 bewohner ob es hat mir dass der metzger noch da ist muss ich nachsehen also einmal ich glaube der bäcker ist noch da oder was weiß ich was das ist damit glaube ich und ich glaube der mit dem ruhen schweinefleisch ist auch noch da ach du scheiße ich darf jetzt nicht mehr bei der runde kam das ist ja mal lustig ich will aber diese naja zum glück fange ich jetzt nicht mit klungen gehen ja nun wie klungen die uhr okay also dass sie ja mich selber nicht mehr singen also dieses lied lernen wir zurzeit in musik ja ich lasse sie sieht das okay so irgendeine häslige dekoration einfach hier einmal nein eigentlich dekoration hat schon mal unsere deutschlehrerin firung verkloppt weil er hieselig mit e geschrieben hat dabei war das ja ich meine hieselig und nicht hässlich ja und unsere und unsere geografie lehrer also für gemeinschaftskunde wirtschaftskunde und was weiß ich was kunde ja der also ich meine halt spaß machen wollte und cool sein will und so zeugs aber eigentlich naja ich habe hunger lehrer können ja nicht so wirklich also gut ist da ich lieber mal nicht ja und heute vier ucks quatsch folge habe ich gerade das gefühl ja möglich also ja mein wegen hast du auch wieder angesät ja gut und viel weizen und alles musste gerade im aufstehen also wir sind gerade eben an dieser stelle so verplant und ich habe kaut noch lecker 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 firung atmen wir so genau wollte ich das jetzt auch nicht wissen was passt also und jetzt machen wir uns einmal ein paar brote firung kommen raus soll ich die dem händler dann gleich verkaufen ja so ich habe jetzt acht brote ja jetzt muss mal raus eins muss ich behalten und dann komme ich gleich raus auf deinem befehl hust hust und das befehlen kann weiß ich nicht so was ist das hier von seh egal jetzt war der kind stelle ich mal hierhin auf diesem blog ja ich habe jetzt eine neue these für die biologie erforscht und zwar meine these ist ich starbe die these ist ich starbe fast so ok und was bringt es jetzt weiterer schritt in der wissenschaft ach so stimmt ja genau dieser schritt hat der wissenschaft noch gefehlt und dadurch haben wir einen doktortitel erzielt und deshalb sind wir jetzt ganz berühmte leute die da und husten anfälle erleiden hust 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 so ok ich hol uns mal eins machen so und ich hoffe dass ich jetzt nicht noch einmal ein skelett antreffe weil das war nicht wirklich nice to me ja das sind zombies die nahe kämpfer die sind viel leichter zu bekriegen als ein skelett genau hier ist eine very big höhle ach und ich würde bei sechs minuten hilfe also höre ich doch jetzt doch lieber mal auf sage bis zum nächsten mal liebe grinsekeller ich habe keine ahnung ob das jetzt überlegen hat ob das jetzt normal ist ob es vielleicht eine einzelne folge ist ich habe alles keine ahnung wir sind unwissend ja beschuldigt uns nicht ich sage tschau leute bis zum nächsten mal